So. Ähm, wie sieht es? Ja, schade, dass das Feuer nicht abreißen kann. Das ist hier ganz nett. Gespeichert haben wir, geschlafen haben wir. Wenn man jetzt upgraden will, nur mal so, aber wir haben nicht so genug, wir haben nicht so viele Treiceps. Aber das soll ja... Okay, aber das kann man kein Zahn mehr drauf machen. Kann man die überhaupt nicht mehr upgraden, oder was? Hä? Doch, die ja. Aber die andere Axt nicht, oder was? Das verstehe ich nicht. Homisch. Aber die hier nicht. Na, die ist auch eine Kack-Axt. Ähm, wie ging eigentlich nochmal Farbe? So. Ne, die können wir damit nicht ändern. Können wir die damit ändern? Auch nicht. Ein paar kleine Spielereien mal eben am Rande. Das ging auch nicht. Und das auch nicht. Das Katana. Nein, nein, das ist nicht das Katana. Freundchen. Das kann man auch gar nicht anwählen. Und die Axt hier. Wow. Das wird ein Kau. Aber das kennt man ja alles schon. Aber ich nehme trotzdem wieder das in der Hand. Hinten ist ein Freundchen. Was haben wir eigentlich so? Wir haben noch... Wir haben unsere Flair-Garn. Wir haben unsere Dynamit. Wir haben... Bomben können wir nochmal basteln. Alles mögliche hat man hier. Kopf haben wir gerade nicht. Aber egal. Unser Kompass... Weil der ist auch so ein bisschen unnütz, finde ich. Naja. Und den würde ich auch gerne mal wieder... Wegpacken. Kann ich ihn gerade nicht wegpacken, oder was? So. Okay, egal. Kann ich die Viecher nicht hier abschießen mit... Na ja. Ja, ha, ha, ha. Boah. Flares gibt es ja auch genug. Du stirbst alle. Okay, das klappt auch. Neuer Gewittersound, neuer Regen... Animation, der Regen sieht anders aus. Irgendwie. Oh. Da ist er doch noch aktiviert. Mit G. Huch. So, die scheiß Toten hier. So, das war gar nicht sowas. Aber der Regen sieht auch ganz nett aus. So, und ich wohne dann erst mal noch ein paar Klein... Wenn noch mal ein paar Kleinigkeiten hier getestet... ...und gezeigt. Und dann geht's ans Grobe. Ich weiß nicht, ob wir sollen noch mal in Höhle 8 und Höhle 6 gehen, aber... ...nach wird man irgendwo gespoilert. Aber ich muss erst mal mal das hier wieder aufladen. Da kann ich mehr reinballern. Nur mal einzeln, oder was? Ich weiß es nicht. Das ist auch ganz nett, dieses Teil. Manchmal kann man sich auch gar nicht entscheiden, was man als Waffe nimmt. Aber wenn die generell brennen, ist das natürlich nicht schlecht. Trifft auch gut. Ich muss gerade sagen... Hallo, du dänst doch nicht rum hier. Aber der wäre so am Leben gewesen. Mann. Ich muss mal mit meinem... ...Pouch hier... ...was einsammeln. Ah, da hinten... ...brennt der. Brennt die aber. Guck mal, die sollten wir eigentlich 10 haben. Aber irgendwie war das gerade komisch. Das haben wir ja auch schon. Können wir das wieder aufsammeln? Hier, ja. Aber hier... ...brennt eine Kugel. Komisch. So, und es ist thirsty. Aber wir brauchen auch mal wieder ein bisschen Wasser, du. Denk mal, wir machen noch ein paar Kleinigkeiten. Vielleicht gehen wir doch... Ich weiß nicht. Höhle 6. Da war ja immer nichts drin. Vielleicht kann man da nochmal reinschauen gleich. Und dann irgendwann nochmal in Höhle 8. Den machen wir in den Bogen. Und finden noch... Hören noch die Grudiel-Sounds. Vorher noch hier noch ein paar einige Sounds testen. Und dann... ...wollen wir aber mal wieder bauen. Also es... ...wird ja auch mal Zeit. Müssen wir wieder in den Bass bauen. Aber die Koffer sind alle richtig. Das ist schon mal ganz nett. Die ist auch ganz richtig. Heiß. Oh, was ist denn das neue Felsen-Modell? Und... Neue Klippen-Shader? Ich weiß immer nicht... Man müsste das immer genau so einen Vergleich... ...sehen, ziehen und... Da gibt's trotzdem noch einige Experten. Also ich bin da gerade so nicht sehr Experte. Aber hier, das ist doch... Das ist keine Tote. Oder ist das, wenn man die selber aufbaut? Effigies. Komm, wir müssen mal gerade gebrauchen. Das hier. Jetzt brechen wir Laptops, Paketkartons und Totips. Da sollen auch Animationen sein. Äh... Sounds. Egal. Aber die Pakete, die kannst du ja nicht öffnen, da. Pakete kannst du immer öffnen. Nein. Leider nicht. Das nützt nur alles nichts. Okay. Ja, mein Freund. Tausend Markierungen. Und aus Höhle 10 sind wir ja auch nicht rausgekommen. Ich weiß nicht, ob man da rauskommen kann und so. Aber ich da jetzt auch wieder rein... Ach, später vielleicht. Später. 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 Wenn ich das hier schon mal anmach... Anhab... Anmach natürlich nicht. Vielleicht werde ich dann doch nochmal das Burkentoy so ein bisschen... Nehmen. Das habe ich ja euch schon gezeigt, dass man das zusammensetzen kann. Aber nur durch die Vollständigkeit halber. Wenn man ja da immer das Teil runterfliegt oder... Naja. Durch die Welt fliegt oder wie auch immer. Aber man will es ja trotzdem haben. Und hier ist unsere alte Base-Location. Und hier sind auch... Ist auch ganz nette Rüstung. Ist ja irgendwie immer, ne? Jetzt ist... Okay. Das ist der Moos, den ich meinte. Auf den Felsen. Ist auch schon mal ganz nett. Da können wir gleich nochmal wirklich reingucken. Ah. Da habe ich gerade woanders hingeguckt. Das trifft auch nicht, ey. Hier sind überall Leuche. Du hast auch wieder... Wiss, Watches, aber... Immer die Kisten öffnen. Das geht mir auch auf den Sack, ey. So, jetzt habe ich mir meine... Jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Bam. Ich sterbe. Dann kriegst du ihm noch eine Kugel. Ja, geht doch. Ist hier auch ein Wasserfall oder... Ah, ne. Hier ist aber ein Moos drauf, ne? Aber es ist... Das ist ein See, aber... Aber hat es auch... Hat auch Geräusche oder so. Ich weiß es nicht. Geil. Das wollen wir ja nochmal auch mal nehmen hier. Die Kollegen da auch, wenn wir den kriegen. Ah. Man braucht ganz, ganz viele... Ich glaube 10 Rüstung, aber man kann trotzdem nur 5 wieder mitnehmen. Naja. Na gut, dann müssen wir hier auch wieder eh und je machen. Und natürlich ein Shelter. Ah. Das mache ich immer spontan. Das würde ich auch immer gerne... Euch nicht zumuten, aber naja. Das mache ich immer noch nie gesehen. Aus gutem Grund, dass man da speichert. Oh, da gibt es hier keine Steine. Es ist... Man muss nur genauer gucken. Zwei blöde Sticks. Ich hasse immer so... Kleinigkeiten-Kram. Auf eine Art nicht, aber auf eine Art schon. So. Wenn man es auch schon tausend mal gesehen hat. Ja, ich speichere gleich. Aber ich mache es nochmal eben. Das hier auf den... Dings schmeißen. Was war das denn? Hat er es auch noch getrunken? Oh. Na super. 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 Da rauf stellen. So. Was essen müssen wir auch gleich. Ich will da nur noch mal den Sound hin. Oh gut, eben den Sound hat man ja mal gehört. Den... Aber das kennt man ja schon. Oh, es ist aber windig. Ich muss gleich in die Hüge. So. Wow. Da hat sich echt viel getan. Einzigartige Zornowelle. Bei der Zunahme von Medikamenten. Fleisch und Wasser. Ob das überhaupt so stimmt, das weiß ich nicht. Hat sich ja voll gelohnt jetzt. Den nochmal rauf. Aber jetzt brauchen wir echt. Genau, das. Ja, und die Eingänge sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Auch mit dem Moos hier genau. Und das sieht auch komisch aus. Naja. Das sieht eigentlich nicht komisch aus. Bei den Propheten. Darf ich nochmal eben essen? Danke. So, bitte. Stirbt er auch brav. Ich hoffe. Alles klar. Sieht man, wie viel noch drin ist? Keine Ahnung. Nein, ein Blatt will ich da nicht reinhauen. Äh, den komischen Zahn da auch nicht. Mann. Vielleicht kann ich einmal add it to backpack. Backpack. Backpack ist ja eigentlich ein... Das ist doch der Rucksack. Den man sowieso nie anwählen kann. Mann, das ist bockenteuer. Das ist doch der Rucksack. Das ist doch der Rucksack. Alles klar. Jetzt kann ich nochmal... Kann ich nochmal speichern. Und dann... Gehen wir nochmal in die Höhle 6. Das müsste Höhle 6 sein. Genau. Die Höhle 6 Das ist doch der Rucksack.